Einen wunderschönen guten Morgen. In dieser Woche wird sich der Ministerrat erstmals über das Asyl- und Migrationspaket der EU-Kommission beugen. Und dafür haben wir bei der EBD eine fantastische Grafik gemacht für all diejenigen, die auf einen Blick oder vielleicht auch zwei Blicke verstehen wollen, was sich hinter diesem Paket verbirgt. Und nicht nur deshalb sei allen der EBD-Newsletter in dieser Woche sehr ans Herz gelegt. Guten Start in die Woche.